hallo hier ist martin von money monkeys dass die dax analyse für nun montag den 12 12 2022 und ja die letzte woche war kalt nass und dezent langweilig im dax gewesen auch der freitag war langweilig kann man nicht ganz sagen aber hat zumindest ordentlich viel gemacht wir hatten darüber gesprochen dass er an sich eine wunderschöne vorlage oben raus bekommt aber er eben auch über die 365 400 drüber müsse um da eben mehr draus zu machen ich mir das nicht richtig vorstellen oder ich konnte mir das nicht richtig vorstellen hatte ich gesagt weil das tief zu flach einfach kam und deswegen sollten wir gucken ob er uns eintritt ob er raus dreht und vor allen dingen auch neues tief bringt wie er das tief bringt wann er das tief bringt hatten durchgesprochen wenn er wenn er zeitig genug hier eintritt und runter macht dass er dann auch richtung 14 100 mit dem tagesschluss konnte wir hatten darüber gesprochen wenn er sich schön oben raus dreht dass er oben über 365 400 auch noch mal richtig schieben kann richtung 550 oder dass eben unser dax einfach das macht was die ganzen letzten tage gemacht hat und seitwärts zwischen der 200 und der 365 hin und her eiert so und das ist es geworden denn wir hatten oben mehrfach versucht drüber zu kommen wir hatten dann auch schon bei uns hier über den premium dienstverteiler noch mal ein update rumgeschickt und hatten dann schon gesagt naja das wird wohl eher noch mal darauf hinauslaufen dass der normal sein tagessief guckt neue tiefs hatte ich da aber auch eben nicht erwartet das hat man gestern auch so gesagt dass ich denken würde wenn er hier oben sich um 365 runter dreht dass er dann kein neues tief stellt sondern vielleicht auch ein doppelboten probiert das würde ich jetzt nicht als doppelboten bewerten aber fakt ist erst mal kein neues tief geworden das ist erst mal gut angestochen ja punkt dass die ausgangssituation die wir haben wir haben hier 1430 einen ordentlichen impuls nach unten gekriegt das ging relativ zügig wurde aber auch direkt wieder rausgenommen so schnell konnte wahrscheinlich noch gar keiner verarbeiten was da überhaupt passiert war und dann war es auch schon wieder ausgeglichen und es wurde aber nach unten impulsiert also pulsiert der markt nach unten ausgeschlagen und nach oben zurück reagiert und das ist jetzt ein bisschen genau das was ich eigentlich am freitag erzählt hatte freitag hatten wir erzählt dass das für den freitag eigentlich unüblich wäre wenn der sich jetzt unten raus dass es besser für den für den montag passen würde wenn der freitag einfach zur seite rumeiert und bloß mal so eine so knapp über das tief ansteht und sowas und das ist jetzt der fall halt das heißt wenn uns der montag jetzt unter eine 270 und eine 250 zurück kippt hier hätte der schon das potenzial und auch die potenz hier entsprechend runter zu kommen und sich wirklich noch mal unter die vor wochen tiefst runter zu schieben und wenn er das macht und hier wirklich mit der schwäche reinkommt und nach unten durch schiebt sind auf jeden fall 14.130 erreichbar 14.100 erreichbar und dann müsste man wirklich genauer hingucken wie er sich denn überhaupt auf dem neuen tiefer hält wenn das dann nämlich nicht wieder hochgezogen wird wie die letzten male wir haben verfall wir haben fällt wir haben ezb es ist die woche gutes programm drin ja kann kann einiges an bewegung kommen was ich sagen will ist kann durchaus sein dass der sich dann auch hier erstmals genick bricht und gut was nach unten abreagiert na also auch unter 14.100 noch guckt wenn wir hier die linie haben oder uns anschauen wäre zum beispiel 13 9 80 hier noch eine schöne anlaufstation 13 9 80 13 9 60 also da ein bisschen vorsichtig einfach sein es ist ganz 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 wichtig wie wird da ein neues tief vom markt angenommen werden wie wird da ein neues tief gekauft oder verkauft werden das ist unheimlich wichtig für mich und wir sehen das auch wir setzen uns jetzt hier mit dem gleiten der gleiten durchschnitt auseinander wenn sich der markt nach runter etabliert müsste ich dann auch in der morgen analyse die chartlage wieder auf negativ langsam umdrehen beziehungsweise neutral bis negativ wenn wir dann wieder unter die gleiten durchschnitt zurückfallen gucken wir uns das ganze im tageschartout sieht es gar nicht so gefährlich aus wir sehen dass er zurückgelaufen ist wir sehen dass es sich am unteren band stabilisiert hat und aufgedreht hat die kasse ist jetzt erstmal nicht hübsch das soll aber egal sein fakt ist dass man auch hier feststellen kann wie geht der markt über die tageskerze drüber wird der wahrscheinlich in die trendvorsetzung einsteigen ja und das so wird sich einfach jetzt auch zum montag rangehen wir haben hier das mittlere band bei ja eigentlich am tages hoch das mittlere tages band ist fast am tages hoch vom vortag vom freitag und damit können wir identisch zum freitag sagen wenn es dem markt am montag gelingt über 365 über 400 zu gehen hatte durchaus das potenzial in die 500 in die 480 reinzusteigen auch die 550 das geb oben zuzuschließen und dann noch ein stückchen weiter hoch zu klettern richtung vielleicht schon mal 14.600 14.800 ja also oberhalb vom tages hoch werde ich eher positiver oberhalb vom tages hoch vom freitag bin ich eher positiver gestimmt möchte aber die ersten zwei stunden dann erstmal passieren lassen ja also ich würde jetzt kein long 9 uhr starten oder 9 10 weil er gut aussieht sondern den würde ich erstmal kommen lassen den würde ich erstmal machen lassen und wir dann über den tagesverlauf dann einfach entsprechend positionen suchen wenn er mir wirklich zeigt dass er oberhalb von 14.400 14.365 das stehen kann ja dann würde ich wäre ich bereit longfall zu geben richtung 480 500 und 600 800 ja bleibt er aber hier drin bleibt in seiner range 3 65 200 erstmal neutrales umfeld und drunter und also eigentlich was heißt was heißt in der 200 unter 270 oder 250 würde ich einfach nur aufgrund dessen dass wir im kleinen time frame 14 und 30 hier so nach unten pulsiert haben dann erwarten dass da noch eine nachwelle kommt und deswegen unterhalb von 270 250 eher dann gehen süden orientieren ja das eigentlich soweit dann alles für den montag ja und damit sind wir durch ja punkt machen wir hierzu wünsche ich euch noch schönen restantag wenn ihr das video heute schon hört oder dann eine erfolgreiche neue handelswoche wenn ihr es erst morgen hört bis dahin tschüss